14.03.2020 und willkommen zu einer episode des rocker league item shops und ich würde sagen wir schon mal rein denn heute ist was krasses drin wir schon sehen könnten zwar meteor storm neues back market am start guck mal rein sieht schon nicht schlecht aus so ein meteor regen hier schauen wir mal ist schon cool gemacht 2000 kost das ganze und wird noch für den ganzen tag sozusagen da also 24 stunden lang zirka noch richtig nice weiter geht es mit den dailies die ändern sich ja immer wieder da haben wir zum einen hier ein cobalt octane decal am start kann man vielleicht ein bisschen besser sehen hier was cobalt gefärbt ist genau für 100 dann die dynamos in orange sind am start für 900 dann die stellas in der inverted version in safron muss man mögen auf jeden fall safron aber in wird auf jeden fall sind die steller ganz nice dann haben wir dominos was in schwarz am start für 100 wie ihr sehen könnt dann haben wir die masato drin in crimson ja die mache ich jetzt nicht ganz so und dann haben wir noch für den breakout chainsaw am stark in der striker edition sogar tatsächlich in schwarz richtig nice 400 schauen wir in den e-sport bereich rein da sehen wir energy ist drin für den dominos absolutes highlight fahre ich aktuell selber auch deswegen kann ich das nur empfehlen dann ist noch united drin sieht auch ganz nice aus ein bisschen american flag style auf jeden fall dann dignitas als player banner dann gibt es von united ebenfalls noch die bionics die kann man dann passend dazu nehmen wenn man sich ein ganzes k zusammenstellen möchte richtig nice dann g2 ist drin für den octen genau und dann die patriarchs sind drin von rack finde ich auch ganz nice muss ich sagen das orange gefällt mir ganz gut aber ja highlight auf jeden fall raus an das neue energy decal hier das sieht richtig nice aus seit ihr das geändert haben hier so in komplett schwarz sieht schon richtig nice aus also da geht das highlight hin und hier natürlich zu meteor store muss man sagen also könnt ihr mal reinschreiben was ihr von dem neuen item haltet black market gold explosion richtig nice und ob ihr euch das kaufen werdet denn so im spiel muss ich sagen habe ich noch nicht gesehen das heißt also es hat noch keiner gedroppt bekommen beziehungsweise noch niemand umgewandelt von dem blueprint falls man das gedroppt bekommen hat deswegen würde mich mal interessieren ob ihr das schon habt was ihr davon haltet ob ihr euch das kauft also bis hierhin leute wenn euch das ganz gefallen hat lasst gern like da das gern sap da und dann hören wir uns morgen zu einer episode also bis dahin tschau tschau tschau